Oh, hallo, Deutschklasse. Ich bin Tyler Pace. Und wie immer, ich habe Hunger. Und jetzt ist fast die Zeit für Mittagessen. Mittagessen. Juche. Meine Französische Inspiration sagt, jede Person kann gucken. Heute gucke ich eine von meinen Lieblingsessen. Das Sandwich. Aber erstens, wir brauchen Zutaten. Zum Beispiel Brot, Fleisch, Gemüse und Honigsenf. Ich liebe Honigsenf essen. Honigsenf ist Honey Mustard. Sehr gut. Jedes Sandwich braucht Honigsenf. Das ist meine Philosophie. Aber ja, ja, ja. Wir können beim Supermarkt unsere Zutaten einkaufen. Aber heute gehe ich zu einem anderen Platz. Subway. Hi, how's it going? Can I just get a foot-long spicy Italian? Bei Subway kaufe ich Tomaten, Salat, Zubinat, Paprika, Zweibeln, Fleisch und Käse. Ah, und Honigsenf. Sehr gut. Honigsenf. Wow. Honigsenf. Wow. A bit of everything, please. Yeah. Just stack it on. As much as you can cram in there. Yeah. Jetzt mit unseren Zutaten können wir das Sandwich machen. Komm mit mir. Ich schneide das Brot. Bitte Brot. Ja. Nächste. Ich streike den Honigsenf. Mmh. Ach, gut. Honigsenf. Wir lieben Honigsenf essen. Ja. Ich lege Fleisch drauf und Käse. Ich mache Tomaten dazu und Salat dazu und Spinat dazu und Paprika dazu. Wow. Wir haben ein gutes Sandwich. Tja. Und ich mache zwei Beln. Zwei, zwei Beln. Zwei, ich habe, ich mache diese zu, das Sandwich zu. Oh, crap. Ja. Und ich mache Gurkka dazu und Oliven dazu. Und als Letzte, ähm, tosten wir das Sandwich in den Ofen. Ja. Ja. Mmh. Gut. Gut, 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 gut. Wir warten fünf Minuten und unser Sandwich ist fertig. Ja. Ja. Oh. Hier ist es. Wow. Wir haben ein gutes Sandwich. Wow. Ist so sch... Ist sehr schön. Wow. Und, ähm, gut. Ähm, ich will euch sagen, dass, ähm, dass jede Person kann gucken. Ich kann und euch könnt auch. Dankeschön. Ich kann nicht einschkommen. Wir sehen uns auch. Und wir sind im Untertitel.